Dieses Level ist sehr speziell. Ich hüpfe einen Punkt nach hinten. Die Konditionen für dieses Level sind Hammer. Imps werde ich permanent voll habe. Die Gegner sind harmlos. Ja, wie soll dieser ein Beschuss sagen? Ja, ja. Jetzt sind... Uiuiui. Da sind einige hinübergegangen. Ähm... Ziel von diesem Level ist tatsächlich, die 2 Millionen Gold wegzubekommen. Das heißt, ich gewinne dieses Level nur, wenn ich pleite bin. Ist auch mal eine hübsche, ähm... Einstellung. Und wie ich das Ganze mache? Imps, äh... Rufe kann ich nicht. Ich habe keinen Einstürz. Ich habe keinen Armageddon. Keinen, ähm... Rückbau. Und auch keinen... Blitzschlag. Das heißt, mit Zauber komme ich da eigentlich nicht weit. Betonung liegt auf eigentlich, weil es gibt ein Schlupfloch. Habe ich festgestellt. Da habe ich nämlich extra drauf mal überlegt, wie das am besten geht. Und siehe da... Ich habe, glaube ich, sogar eine... äh... schön gemütliche Lösung gefunden. So. Äh... Trainingsraum machen wir hier hin. Es ist komisch, jetzt noch mit dem alten, ähm... mit der alten Version zu spielen. Wenn ich die neue ein bisschen ausprobiert habe. Aber da muss ich durch. Halt... Die müsse da hin. Die müsse trainieren. Brücke bringt mir nix. Ähm... Ja. Das zum Thema. Ich mache ein paar Räumchen. Die brauche ich eigentlich nicht. Ähm... Aber... Wobei... Ich glaube, ich habe sogar tatsächlich eine Idee, die mir jetzt gerade so durch den Kopf geht. Die vielleicht helfen könnte. Oh nein. Keine Dämonenechse. Oh nein. Keine Dämonenechse. Da. Ich habe eins, zwei, drei, vier, fünf... Äh... Fünf... Acht Räume. Zwei, vier, sechs, acht. Perfekt. Du kommst dahinter. Dich brauche ich nämlich nicht. Ich brauche... Äh... Viele Kreaturen, die ähm... Viele Kreaturen, die ähm... Die, die, die viel koscher. In dem Fall Drache. Und da habe ich schon... Da habe ich... Mein Sieg. Mit dem Zauber mache ich meinen Sieg. Oder beende ich das Level. Wie das funktioniere soll... Wird interessant. Dafür brauche ich aber... Das hier. Perfekt. So... Machen wir damit ein bisserl. Das die... Schneller zum Leveln kommen, weil... Die Gegner greifen auch immer wieder an. Ich hätte gerne... Einen... Das ist nicht gut. Dann mache ich... Hier ein Wachposte hin. Hier ein Wachposte hin. Und... ähm... Halt. So... Hier kommt Baracke hin. Ich habe natürlich... Wie gesagt... Ich glaube, das habe ich schon erwähnt. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr. Ähm... Mir ein Video angeschaut. Zu dem Level. Weil es mich einfach mal interessiert hat. Und das, was ich gesehen habe, war echt komisch. Der hat... Ähm... Halt. Hier wollte ich Bibliothek hinsetzen oder Zweite. Hier. Und... Gefängnis kommt hier hin. Also das passt. Du gehst in die Handwerkskammer da runter. Du gehst da rüber. Ich brauche nämlich eine Tür. Folterkammer brauche ich auch für Mistress. So. Hoppla. Wo ist der andere Drauchen? Da. Dann machen wir da noch eine zweite Hühnerfarm. Dann habe ich noch Tempel. Der wird hier hingebaut. Darunter lasse ich gern frei. Uh ja. Payday ist gut. Ihr sollt bitte eine Tür herstellen. Ähm... Da aufmachen. Perfekt. Und das war Stichwort zum Sieg. Und zwar... Machen wir hier hin. So. Und damit kriege ich permanent Gold abgezogen. Zeitgleich noch... Ähm... Das hier. Friedhof machen wir hier hin. Du gehst da weg. Du gehst da weg. Du gehst da weg. Perfekt. Ah... Ich hab... Halt. Du kommst mit. Du kommst mit. Jetzt brauche ich noch einen Troll. Keine Dämone-Echse. Weil Horny gibt auch wieder mehr... Ähm... Koste. Sowohl im Payday als auch... Ähm... Im Trainingsraum kostet das sehr viel. So. So. Du gehst da weg. Wann... Ich bin zufrieden. 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 Das ist das. vielleicht kann ich ja noch ein zweiter machen die imps oder die leiche weg schaffe dass ich nämlich noch vampire bekommen gott dauert es ewig ich habe auch was gesehen so wofis wofis jawohl ein zweiter horny das wird auch wieder teuer vor allem habe ich jetzt einen zahltag von knapp 10.000 jetzt muss ich halt wie gesagt abwarten noch ein org die imps sollen nämlich nicht auf die idee komme hier einfach mal genau hier das ganze einzusammeln um mir das ganze zu erschweren sondern dann ich erschwer es denn im in dem sinne oh gott käfer was habe ich jetzt mistress zwei käfer nein das 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 Wuffi kommt weg. Das war so klar, yes, das ist gut, Vampire sind teuer. Schön, dass die Imps da weiter drinnen rumrennen. Problem ist an der Sache, dass die Imps mir das ganze wirklich schwer machen. Oh Gott, immer 1000. Aber das Gold fällt. Sehr schön, machen wir hier hin. So, das war noch nicht alle. So. Was? Dann wird das noch ein Trainingsraum. Dann machen wir das. 1, 2, 3, 4, 5, ja passt. Du weg. Du rein. Dann machen wir das gleich so. Dann machen wir das. Dann machen wir das. Dann machen wir das. Du einmal bitte hier hin. Oh Mensch, der wird nicht glücklich. Bist du böse? Nein. Wursther Vampir. Da. 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 So. Köderraum noch größer. Boah, das ist lang. Also, das Versteck muss noch größer gemacht werden. Das habe ich ganz vergessen. Sehr schön, noch ein Vampir. Das ist nicht gut. Wo ist der andere jetzt? Da ist er. Boah, das ist lang. Geht doch länger als erwartet. Vor allem, wenn die Gegner dann so viel Kohle fahren lassen, halt die Klappe da draußen. Boah, ich habe das Fenster noch offen. Sehe ich gerade. So. Ach gut, das ist dahinter perfekt. Da werfen wir uns hin. Wie viel Orks habe ich bitteschön? Okay. Das ist Japanese Six. Ne, Japanese Sieben. Halt. Sieben. nogle tungsten. Upsi. Ja, das Gold wird weniger. Äh, ich hab den doch. Nein. 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 Was ist das? noch ein vampire sehr schön noch einer sehr schön es wird besser 1,1 mille was Was? Ich schtze. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Damit ich hier eine Tür hin mache kann, aber das bringt nichts Machen wir wieder ein bisschen schneller 33.000, ja, so soll es sein Schönen wir dann 3.000, ja, so soll es sein, dass wir 3.000, ja, so soll es sein, dass wir hier mal draufklicken wie ein Beklopptor So, haltet es sich das gleiche Ah, nee, sind es zwei Avatar Warum? Eieiei, wie viel ist das? 5000 Ich liebe Vampire Mittlerweile Und du gehst da rein Hey, nein 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 Hier rein Oh, ich habe Level 10er Zauberer Ködern Du da rein Du da rein Ihr da rein Wofi Nein Du sollst da hin So So Da da hin Du sollst da hin Du sollst da hin Du sollst da hin Du sollst da hin Okay Du sollst da hin 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 Jawohl, 200.000 habe ich noch Na, meine Vampire 190.000 noch 150.000 Jetzt wird es richtig interessant 70.000 20.000 20.000 Jawohl, ich habe es herausz transactions 200.000 30.000 250.000 50.000 30.000 90.000